Nun zu den Fragen, zu den Fragesätzen ohne Fragewort. Hier wäre auch ein möglich, wenn ich schon sehr, sehr lange warte und es schon einige Male gesagt habe. Aber sonst einfach. Beachten Sie hierbei auch die syntaktische Verdoppelung nach E. E' bello. Fügen Sie also dieses E und das Bello ganz, ganz knapp zusammen. Sie kleben es praktisch aneinander und verdoppeln dadurch bei der Aussprache des B. Sie längern es. E' bello il libro, e' buono il gelato, e' tuo questo giornale, si, e' mio. Und auch zum Schluss, S, C quasi mit Doppel S. Und auch zum Schluss, S, C quasi mit Doppel S, C, C-C, C-C. Untertitelung des ZDF für funk, 2017